Haros Reise führt nach Kepitipola auf Sri Lanka. Im Hochland auf 2000 Metern erwartet ihn Natur pur. Ich sollte eigentlich Jackfruit ernten, aber hier sind gar keine Bäume. Ich lass ihn mal überraschen. Auf einem abgelegenen Hof trifft Haro den 53-jährigen Chantrapala. Er lebt vom Obst- und Gemüseanbau. Unter anderem wächst hier die Jackfruit. Chantrapala besitzt sechs Bäume. Im ganzen Land wachsen rund eine Million Jackfruit-Bäume. Viele stehen in den Gärten der Einheimischen oder auf ungenutztem Gebiet. Große kommerzialisierte Plantagen für den Export gibt's hier nicht. Warum gibt es hier keine großen Jackfruit-Plantagen? Früher haben wir nicht damit gerechnet, dass die Jackfruit heute weltweit so beliebt ist. Bevor es einen Markt dafür gab, haben wir die Früchte nur für den Eigenbedarf genutzt. Es gab keine Möglichkeit, Jackfruit im großen Stil zu verkaufen. Heute ist das anders, mittlerweile steigt die weltweite Nachfrage. Bis vor ein paar Jahren verdarben hier noch rund ein Drittel des gesamten Jackfruit-Bestandes direkt am Baum. Denn die Früchte gibt es im Überfluss. An einem einzigen Baum wachsen bis zu 200 Jackfrüchte pro Jahr. Wow! Wie soll man denn da oben rankommen? Also die hier, die gehen ja noch, da kommt man ja noch irgendwie ran, ne? Hier. Ha! Schau mal hier. Diese Jackfruit hat die ideale Größe. Wir ernten sie unreif. So verwendet man sie, um sie als Fleischersatz zu nehmen. Die größeren Früchte werden anders genutzt, denn die reifen Jackfruits schmecken süß. Die kleinen Früchte kannst du ganz einfach mit der Hand abnehmen. Für die großen Jackfruits brauchst du aber ein Messer. Nicht nur die Größe entscheidet über den Reifegrad. Die unreife Frucht klingt hohl, eine Reife dumpf. Zu uns nach Deutschland kommen vor allem die unreifen Jackfruits. Nach etwa vier bis acht Wochen ist die unreife Frucht bereit für die Ernte. Die Jackfruit wächst das ganze Jahr über in Sri Lanka. Damit der klebrige Saft nicht austritt, hat Chantrapala einen Trick. Harro will sich nützlich machen. Willst du auf den Baum? Ja, ja, ja. Come on. Okay, ich probier's mal. Okay, okay. I'll try it. Chantrapala lässt den deutschen Reporter in seinem Baum einfach mal machen. Hauptsache der Baum hält mich. Wo bist du? Ah, da! Leute, ich komm ran! Juhu! Ich hab sie! Die vielen Jackfruchtbäume in Sri Lanka sind kein Zufall. Während des Ersten Weltkrieges drohte eine schwere Hungersnot. Ein Pflanzenzüchter importierte Jackfruit-Samen aus Malaysia und verteilte die Setzlinge auf der ganzen Insel. Davon profitiert das Land bis heute. Kann dieser Baum eine Familie ernähren? Ja, der Baum reicht sogar für mehrere Familien. Viele Bäume auf Sri Lanka werden bislang noch nicht genutzt. Die Ernte ist aufwendig und sie übersteigt den Privatverbrauch der Einheimischen. Wer sie verkaufen will, darf auch auf fremde Bäume klettern. Der Besitzer bekommt dann einen Teil vom Gewinn. Wenn man aber jetzt so ein bisschen höher guckt, da wird einem schon mulmig, weil, na gut, man klettert ja auch nicht jeden Tag auf irgendwelchen Bäumen rum. Die Bäume werden bis zu 30 Meter hoch. Trotzdem ist das Ernten relativ ungefährlich. Gab es schon mal eine Situation, wobei jemand vom Baum gestürzt ist? An einem Jackfruit-Baum passiert das nicht so oft, weil die Äste sehr dick und robust sind. Aber an Kokosnussbäumen kommt das öfter vor. Da sind die Äste nämlich nicht so stabil. Außer auf Sri Lanka wächst die Jackfruit auch in Indien, Thailand und weiteren tropischen Gebieten Südostasiens. Der Vorteil, die Bäume sind pflegeleicht und brauchen nur wenig Wasser. Und sogar für den klebrigen Jackfruit-Saft gibt es noch eine Verwendung. Damit reparieren die Einheimischen kaputte Gegenstände wie zum Beispiel Geschirr. Chantrapala zeigt Haro noch eine andere Methode, um die Jackfrüchte zu ernten. Die hoch in der Baumspitze wachsen. Sein Arbeitsgerät, eine einfallsreiche Kreation im MacGyver-Style. Den Stock nimmst du nur, wenn du die Jackfruit noch selbst zum Kochen verwendest. Wenn du sie verkaufen willst, müssen zwei Menschen die Jackfruit auffangen, sonst platzt sie auf. Mit dem sechs Meter langen Messerstock will Haro Jackfruits vom Baum schneiden. Das soll er jetzt allein schaffen. Nicht so leicht, wie ich dachte. Ich hab die Frucht erledigt. Der erste Versuch misslungen. Und auch beim zweiten Mal schneidet Haro Knopf daneben. Da muss Jackfruit-Bauer Chantrapala schunzeln. Ich schneid hier nur Scheiben ab. Die landet höchstens im Kochtopf. Ja! 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 Oh mein Gott! Warum denn nicht langsam? Pro Jahr verkauft Sartrapala rund 500 Jackfruits. Jetzt ist erstmal Pause angesagt. Jede Familie hat ihr eigenes Jackfruit-Rezept. Damit das Fruchtfleisch zart wird, wurde die Jackfruit drei Stunden in Kokosmilch gekocht. Scharfe Gewürze wie Chili dürfen nicht fehlen. Schmeckt's dir? Es ist sehr gut. Beeindruckend. Ich mag es. Ich muss sagen, ich bin jemand, der Fleisch isst. Der Fleisch auch gerne isst und der versucht es zu reduzieren. Und das ist eine der Möglichkeiten, wo ich wirklich Potenzial hinter sehe. Weil es von der Konsistenz und vom Geschmack her fantastisch ist. Bei Sartrapala und seiner Familie kommt die Jackfruit rund viermal die Woche auf den Tisch. Neben Reis gehört sie vor allem in ärmeren Regionen zu den Hauptnahrungsmitteln. Ihr Vorteil, sie macht satt und ist reich an Ballaststoffen. Ist das eine Art Fleischersatz für euch oder einfach eine Frucht? Buddhisten wie wir essen nicht so viel Fleisch. Deshalb, ja, für Menschen, die kein Fleisch essen, ist es eine Art Ersatz. Wir essen Jackfruit auch zu besonderen Anlässen. Außerdem ist es gesünder als Fleisch und schmeckt einfach gut. Ist das vielleicht auch eine Chance für dich, weil es dir in der Zukunft mehr Einnahmen bringt? Wenn die Nachfrage nach Jackfruit bei euch in Europa weiterhin steigt, könnten wir mehr liefern. Das würde sich auch auf unser Einkommen auswirken. Aber noch ist es ein wachsender Markt. Allein vom Jackfruitverkauf kann Chandra Pala noch nicht leben. Als Landwirt verdient er etwa 80 Euro pro Monat. Soll ich die Nachspeise holen? Das Dessert, eine reife Jackfruit. Die wiegt bis zu 40 Kilo. Nicht zu verwechseln mit der Durian, der Stinkfrucht. Diese sieht zwar ähnlich aus, hat aber mit der Jackfruit nichts zu tun. Das ist wirklich Banane, ganz leicht Ananas. Da ist aber noch was. Aber auf jeden Fall süß. Die unreife Jackfrucht hingegen hat kaum Eigengeschmack. Damit daraus unser Fleischersatz entsteht, holt ein Zwischenhändler die Ernte ab. Der bringt die Früchte zur Weiterverarbeitung, wo sie für den Export nach Deutschland vorbereitet werden. Wie viel ist das? Jackfruits werden vorrangig für das Ausland weiterverarbeitet. Damit verdient Chandra Pala etwa 20 Euro pro Monat. Haros Ernte bringt dem Farmer heute rund 2 Euro ein. Jetzt geht's zur Weiterverarbeitung in die Hauptstadt Colombo. Produktionsleiter Givanta wartet schon. Herzlich willkommen in unserer Fabrik. Die Firma ist der größte Jackfruit-Produzent auf Sri Lanka. Und das ausschließlich für den ausländischen Markt. Hauptexportländer sind Großbritannien, die Niederlande und Deutschland. Die Mitarbeiter verarbeiten hier täglich rund 5 Tonnen des unreifen Fruchtfleischs. Fertig ist der Metzgermeister, der Jackfruit-Metzgermeister. Schritt 1. Die Jackfruit gründlich waschen. Nicht nur die klebrigen Rückstände vom Pflanzensaft müssen runter. Diese anderen Pflanzenreste, die man hier so drauf hat, das muss man schon wegmachen. Insgesamt durchlaufen die Früchte drei Waschvorgänge. Das ist wichtig, damit keine Verunreinigung beim Schneiden entsteht. Jede Scheibe muss gleichmäßig dick sein, damit die Schale leichter abgeht. Doch davor gibt's noch ein Bad. Wir nehmen Zitronensäure, damit die Frucht nicht so schnell braun wird. Dann ist das genau das Gleiche wie bei Zucchini oder Aubergine, dass man da z.B. Zitronensaft drüber macht, damit es nicht so bräunt, sobald es an der frischen Luft ist. Es folgt die Königsdisziplin. Kein Fruchtfleisch abschneiden und vor allem keine Finger. Das ist eine kleine Challenge, die Schale mit diesem Messer abzuschneiden. Bei den Profis geht das ruckzuck. Sie schälen die harte Haut in einem Durchgang. Harros unsaubere Arbeit zieht schnell die Blicke aller Kolleginnen auf sich. Ein bisschen mehr Feingefühl bitte. Deine ist nicht so gut. Jivanta nimmt es mit Humor. Er kennt das Problem von zu Hause. Wie oft isst du eigentlich Jackfruit in der Woche? Einmal die Woche. Meine Frau mag die Zubereitung nicht so gern. Das Schälen ist sehr aufwendig. Nach dem heutigen Tag kann Harro das nachvollziehen? Vor 3 Jahren begann die Firma mit dem Jackfruit-Export. Während früher ein Großteil der Früchte an den Bäumen verrottete, verkauft das Unternehmen jetzt 500 Tonnen pro Jahr. Eine Win-Win-Situation. Bist du überrascht, dass die Jackfruit seit ein paar Jahren so gehypt wird? Das gibt euch viele Möglichkeiten, oder? Ja, darauf sind wir sehr stolz. Und wir freuen uns, dass sich die Europäer jetzt für unser Jackfruit interessieren. Für die Farmer und auch für uns schafft das Arbeitsplätze und ein Einkommen. Über 800 Farmer in Sri Lanka haben ein Zusatzeinkommen durch den Export der Jackfruit. Und auch hier wurden 50 neue Mitarbeiter eingestellt. Damit das Fruchtfleisch ein Jahr haltbar ist, kommt eine Limettensalzlage in die Dosen. So findet man die Jackfruit meistens in der Bio-Ecke im deutschen Supermarkt. Durch den neutralen Geschmack nimmt die Jackfrucht gut das Aroma von Soßen und Gewürzen an. Für den europäischen Markt gibt es deshalb auch Fertiggerichte. Schaut euch das mal an. Das sieht doch wirklich aus wie Gulasch. Oder wie so Hähnchen-Gulasch. Wegen der Fasern. Jackfruit in fertigen Gewürzmischungen, zum Beispiel mit Curry, ist vor allem bei Kunden beliebt, die die Frucht zum ersten Mal probieren. Diese Mischung besteht aus Tomaten, Knoblau und Chili. Welcher Geschmack ist am beliebtesten in Deutschland? Barbecue. Im Supermarkt kostet der Fleischersatz rund 4 Euro. In Deutschland ist sie jetzt schon ein beliebter Fleischersatz. So sieht es also aus, wenn es bei uns im Supermarkt ist. Was ich total spannend finde, ist wie viel Handarbeit da jetzt noch drin steckt. Wird sich wahrscheinlich ändern, weil dieses Business steht ja noch am Anfang. Und wenn die Nachfrage steigt, kann sich auch vieles drum herum verändern. Eine Frucht, die Kleinbauern in Sri Lanka eine neue Chance bietet. Und für uns eine leckere Fleischalternative.